Eins! Oh, da ist der Baum gewachsen. Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge. Wir sind stehen geblieben. Wir waren da hinten drin in dem Gebäude. Das sieht man mit dem Textobjekt natürlich nicht so gut, weil diese Scheiben so blöd sind. Aber ich kann glaube ich... Ich glaube... Ich glaube man kann so machen. Dann würde das klappen, aber wir werden dahin gehen zu dieser Bücherei. Nein, die geht nicht mit. Die geht hier nicht mit. Können wir die kurz mal einsperren oder so? Ich werde mal zwei Brustplatten machen, ja? Okay. Dann haben wir noch 10 Dias. Ich werde uns zwei Brustplatten machen, damit wir besser geschützt sind. So. Und dann haben wir... Wie viel Eisen haben wir? 21 haben wir. Haben wir aber noch Rohs, oder? Äh... Ich weiß nicht. Ich glaube ich habe davon nichts mehr gesehen. Außer Gold. Ja, wir werden ein bisschen noch was kriegen. Aber ich werde uns erstmal da noch eine Hose machen. Ja, ich habe die Kuh jetzt mal eingesperrt. Damit die... Also hier. Guck mal. Ich will gerade, dass wir in der Bücherei laufen. Dann nimmst du erstmal das hier. So. Hast du ein Schwert? Dann nimm es mit. Ja, habe ich da. Äh... Ich habe nur einen scheiß Mittag, aber egal. Wir essen nämlich mit. Ich nehme mal noch Zombie-Fleisch mit. Sie sind zur Not. Nee. Warum hast du die Kuh denn eingesperrt? Damit die mir nicht nachläuft. Ach, die läuft schon nicht hinterher. Na klar, die war eben hier auch auf dem Weg. Da habe ich ja kein Geräusch, Alter. Ach, ich habe Angst, dass du die... Ach, ich habe keine Blöcke mit. Das sollte man auf jeden Fall... Ich habe welche. Ja, ich sollte mir aber auch selber Blöcke mit... Ah, ich sehe gerade bei uns. Hier über den Teil. Da sind aber noch Steine. Hä? Hier sind überall noch Steine. Ich habe das ja gesehen. Hier ist sogar eine Spinne. Die sehe ich von hierher. Hey, hier ist doch unser erstes... Hä, das ist alles wieder zurück. Nein, das ist noch alles da. Wo ist denn unser Weg, wo wir uns runtergegraben haben? Das ist nicht da. Wir waren woanders. Hä, ist das nicht hier, wo wir gestartet sind? Doch, aber wir sind auf einen anderen Ding gegangen, oder nicht? Nein, wir sind hier runtergegangen. Ah, das habe ich zugemacht. Habe ich zugemacht. Habe ich zugemacht, nur. Ist direkt an der Tür. Wo ich gerade bin. Ja, ich habe keine Blöcke mitgenommen. Oh, es geht übertrieben hoch. Das hat mich jetzt gerade richtig verwirrt. Ich habe gerade auch gedacht, wir waren da schon überall fast. Ich dachte, weil wenn ich hier an der Seite so sehe, hier so runtergucken, dann sehen auch Steine. Habe ich gedacht, das wäre alles... Die Welt hätte ich mir zurückgesetzt. Nee, nee. Ich hoffe, du brauchst auch eine Treppe, ey. Ja, mache ich. Das sieht so übertrieben steil aus. Ist ja auch. Ich muss ja auch so hoch kommen. Ich weiß nicht, wie hoch das hier ist. Weiß mal was aus. Okay, wir brauchen definitiv mehr Steine. Ja, ich habe noch einen Stack dabei. Das ist glaube ich auch noch zu wenig. Wenn du fertig bist, dann geh nochmal zurück. Was ist das? Ach, da unten hängen auch noch Bücherregale raus. Der ist auf jeden Fall auch ein bisschen ausgeleuchtet. Wir müssen auf jeden Fall da oben in die Tür am besten rein. Brauchen wir einen Knopf eigentlich. Kannst du einen Knopf machen? Die können die Tür doch einfach aufmachen. Ja, aber das ist eine Eisentür. Achso. Wacht, ich brauche eh noch eine Spitzhack. Ich geh nochmal zurück. Ich bin schon fertig. Ja, dann hier. Ich lösche die aus. Ich lösche auf jeden Fall hier. Ja, ich habe einen Knopf und Stick hingeschmissen. Boah, das ist so riskant, dieser Weg hier. Ich weiß. Ja, wir können das alles noch besser machen nachher, ja? Ja. Geil, du hast ja... Okay, ich wollte schon sagen, ey. Ich habe nur zwei Sterne gerade erst bekommen, aber du hattest einen. Säck und zwei. Aha, und dann werde ich mal eben... Ist das so unten Kisten? Nee, das ist auch nicht der Weg. Was ist das denn? So sind die Türen auch schon verbackt. Okay. Äh, da ist hier noch eine Fackel, ähm... Hier ist sogar ein Knopf. Wir können sogar die Tür aufnehmen. Ich mache lieber zwei Knöpfe mitnehmen, falls wir die Tür wieder aufnehmen. Okay, die haben wir schon wieder genug. Ich mache den Knopf. Nochmal Steine. Das ist übertrieben. Richtig für die Steine. Und ich mache eine Steinspitzhacke, ne? Ja, habe ich auch. Machen wir lieber zwei Spitzhacken. Das ist übertrieben, Alter. Sicher ist sicher. Und dann nochmal aus dem Rest... Das ist noch zwei Stecks, ey. Ich mache nochmal ein bisschen Kohle. Also, damit wir Fackeln machen können. Ich hasse es... Ich hasse es lecker, so Treppen zu bauen, ey. Gibt Schlimmeres. Okay. Das ist das Schlimmste. Wie oft fällt man da einfach so runter? Okay, ich habe keine Sterne mehr. So. Moment, ich mache erstmal eben... Das ist übertrieben weit noch. Ich habe noch einen Erdeblock. Den setze ich auch mal an. Komm mal wieder. Wie viele Stacks hast du? Einen Stack habe ich noch. Also so 58. Das ist so 100% zu wenig, ey. Ja, dann kannst du ja nochmal zurücklaufen. Ja, ich leuchte nochmal aus. Ja, ich leuchte dir auch aus. Hier ist überhaupt nichts ausgelöschtet. Oh, das hat mir gerade ein bisschen geruckelt, glaube ich. Plusand. Sieht man natürlich jetzt auch nicht, ob es schlecht ausgelöschtet ist oder nicht. Ja, normal sieht man das jetzt nicht. Aber ich schätze das einfach mal so ab. Ja. Ja. Du ruckelst hier oder sehe ich das nur so? Ich habe genug FPS. So. Ja, der 1-Stick sollte locker reichen. Ja, ich nehme aber noch einen Stick. Da ist sogar eine Kiste. Ich komme wieder. Ja, mach mal. Noch ein bisschen mehr Essen mit. Denn das wird tatsächlich gerade schon weg. Ja, wir sollten unbedingt gucken, dass wir richtiges Essen kriegen, nicht nur die Suppen. Ja, das ist doch schon mal was. Die nehmen wir, äh, sparen uns ja. Ja, wir haben ja noch andere jetzt. Das war schon da, wo die Tiere drin waren. Aber, Alter, es ruckelt irgendwie doch. Hier drin ruckelt es total. Ja, dann ist da bestimmt auch irgendwas mit Redstone gebaut oder so. Nicht, dass da fallen sind, ne? No block breaking beyond this point. Hier ist auf jeden Fall ein Buch drin. Ich lese es mal vor. Ich stelle mich mal andersrum, damit ich mehr FPS habe. So. In this puzzle many ants you will meet. Ach scheiße Mensch, du geht kaputt. Okay. Some of them hold secrets right beneath, oder was? Your feet. Okay. Ich habe Angst, da rein zu laufen. Ich will diese Tür erst abbauen. Nein, lass sie da, lass sie da. Wir sollen keinen Block kaputt machen. Ach ja. Die Tür kannst du wahrscheinlich nicht wegmachen. Alter, das ist super ertrieben heftig. Ich höre auf jeden Fall hier Monster. Tu den Block wieder dahin. Ja, ich merke hier schon, wie es hier ruckelt. Hier ist auf jeden Fall was drin. Ach Gott, hier ist auch noch Glas. Hier ist ein Labyrinth. Hier ist ein Labyrinth. Hundertprozent. Ach du Scheiße. Leuchte am besten mal aus. Und damit wir auch wissen, wo wir hin müssen. Komm mal mit nach hier. Wir laufen hier zusammen. Hier ist eine Kiste. Brot? Ah, hier ist richtig krasse Sachen drin. Warte, mach die Kiste weg, damit wir wissen, dass wir hier schon waren. Ach du. Ja. Boah, wir dürfen hier nicht sterben. Immer schön links erst mal. Alter, wie das hier leckt. Leckt bei dir auch so? Nö. Wo bist du? Komm her. Wir gehen immer erst links. Okay, jetzt leckst du auch noch hin. Guck dir irgendwo vielleicht hoch. Gott. Ja, das kann der Hundertprozent. Hier ist nochmal so ein Schwacken dieses Glowstone. Ja, das ist halt. Warum legst du denn, wenn hier Glowstone ist in der Fackel hin? Ich mach das nur so, damit ich weiß wo ich war. Lass das hier. Ja, Glowstone siehst du auch. Das ist eine Wegmarkierung nur. Ja, so viele Fackeln haben wir aber auch nicht. Ich hab noch 19 Stück. Ja, ich aber nicht so viele. Ich hab Angst, dass hier gleich irgendwas um die Ecke kommt. Und ich... Ich schulde links auf jeden Fall Zombies. Aber recht. Ja, ich schulde die auch. Ich versteck den Krüper. Achtung, da kommt noch einer. Lass die Rüchte explodieren! Nein! Nein! Ich mach den Weg voll! 100% ist ja irgendwo recht schlecht was. Die sind so da, aber vielleicht nicht hier auch noch unter uns. Alter! Es kann auch sein, dass die Zombies hier sind, weil hier nicht gut ausgelöst ist. Ja, ich bin doof. Ich bin doof. Was ist denn jetzt? Geht's da lang oder was? Achso. Ja, ja. Du denkst doch richtig die ganze Zeit. Da steht nochmal ein Creeper. Okay. Hier stehen auch nochmal welche. Bleibt's auch stehen. Komm. Ja, 100% sind die Lebewohner. Ja. Aber wie hörst du denn nach hinter uns? Das ist ein Skelett und Zombie. Zwei Zombies. Geh weg! Ja, ich bin noch weg. Geht noch einer? Ja, geh am nächsten die alles abbauen, ey. Oh Gott, da ist nochmal ein Creeper und ein Skelett. Was? Soll ich alles so kommen? Ach, das liegt doch einfach nicht. Da bleibst du. Gott, Alter. Was schaffst du sowas? Oh Gott, da ist ein vertaubertes Skelett. Was ist lang gelaufen? Was hat der... Wahrscheinlich hier? Komm mal her. Hier ist es hier rechts. Es ist hier rechts gelaufen irgendwo. Schiss. Da, ich seh's. Erstmal hier rechts kommen. Komm mal mit. Ja, bin da. Ah, hier waren wir schon. Alles klar. Ich hab da so ne Fackel hingelegt, ne? Ich hab keine Fackel mehr. Oh, das ist so. Ich hab noch ein paar. Müllst du hier lang gehen? Ja, wir müssen gleich hier rechts, weil hier ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Sobald hier noch nicht. Da ist auch nichts mehr. Lass nur ausleuchten, wenn's wirklich schon auch dunkel wird. Wir finden schon so wieder zurück. Wir dürfen auch keine Blöcke zerstellen. Ich will erst mal links rum gehen. Bin links rum. Ich stelle noch mein Skelett. Hier. Hier ist auf jeden Fall kein Weg. Lass die wieder hier rum. Ich weiß nicht, wo du bist. Oh Gott, die sind Pipi. Was? Auf der anderen Seite. Einmal rum nochmal. Hier links rum. Ja. Okay, das ist hier lecker. Hier müssen hunderte Monster noch sein. Ich weiß es nicht. Ah! Congratulations, you made it. Was denn? Ja, wir müssen jetzt die Leiter hier hoch. Äh, nee, warte mal. Hier ist doch noch ein Weg, wo ich grad langlaufe. Hier sind wahrscheinlich zwei Wege. Ich seh hier noch auf jeden Fall mehrere Monster. Aber wir haben hier oben geschafft. Get to Obsidian. Oh Gott, ein Japaner. Guck mal, wie viele Skelette. Guck mal, hier ist einer sogar mit Goldrüstung. Guck mal. Ich wette, da müssen wir hin. Ja, Get to Obsidian. Darf die jetzt hier oben drauf laufen, oder? Wahrscheinlich. Aber guck mal, da ist ein Raum noch. Genau. Dann müssen wir so einmal... Nee, nee, komm, wir müssen den Jump rum machen. Weißt du, was wir machen könnten? Einer geht hier unten hin und sagt den Weg. Ja. Und dann gehen wir in den Raum hin. Ich sag mal, du sagst mir den Weg, weil ich nehm ja auf, dann ist das spannender, wenn ich dann halt die Wege hier langlaufe. Ja, versuch du erstmal diesen Jump hier. So vorher geh ich hier nicht. Gut. Das ist übertrieben schwer. Ich glaub... Ich hab keinen Fackel mehr. Geil. Ja, geil. Ich hab mich glaub ich... Und ich seh dich jetzt gar nicht mehr, weil du unter mir bist. Ja, ich hab nicht rausgespielt. Ach, du bist ja auch gar nicht raus. Hier rausgespielt. Ja, ich bin hier auf den Teilen drauf. Ich könnte theoretisch da hinlaufen. Ja, geh mir doch runter, die Leiter dahinten. Ja, ich komm da nicht rein. Ja, hier die Leiter ist doch da. Nein, ich komm da nicht hin, die Blöcke sind davor. Ah doch, komm schon. Hier war ne Tür. Ey, das ist ne Tür, warum geh ich... Das ist auch ne Tür. Aber man sollst die Tür dann auch nicht nutzen. Wie ist denn Tür? Also geh ich auch da jetzt hin. Ja, da komm ich mal bitte. Hier ist auch Glas, aber wir dürfen ja nichts kaputt machen. YOLO. Oder jetzt rein. Jo, was ist hier nur? Oder ist das einfach nur als Falle? Hier ist auf jeden Fall ein Schild, da steht drauf. Zack, hier. Helf, hint. Machen wir, so können wir ja dann hier hoch. Gehen wir weg. Dann bist du ja hier gefangen. Das ist wahrscheinlich nur ne Falle. Mach mal ne Fackel. Dann hab keine mehr. Wie viele Zombies kommen da noch? Es sind richtig viele oben geschwungen. Kommt sogar ein Skelett. Was hier oben jetzt drauf ist, hä? Ich kann es aber hier um. Hier scherzt du doch irgendwie hier draußen. Kann doch mal hier oben schlagen, oder nicht? Ja. Ah, ich kann hier hoch gehen. Okay. Oder? Ja, es ist nur ne Falle. Ich bin da drin stuck hier. Deswegen gehen wir jetzt wieder zurück hier. Aber was sollen wir denn hier? Es sind doch noch mal Kisten, oder? Lass uns mal nach Kisten suchen. Hier sind wahrscheinlich gar nicht Kisten. Es sind so viele Monster drin. Ja, wir haben doch Kisten gefunden. Also wir müssen doch hier noch... Nein, da haben wir noch gefunden. Hier ist noch eine Kiste. Ich baue mich einfach runter. Yolo. Erkennt ihr so richtig schlecht. Deer Schwert und Deer Pickaxe. Ein Pfaff auf Pro, ey. Mit ich überhaupt was hier erkenne, ey. Das ist zwar jetzt nicht so, wie man das spielen soll, aber... Ich hab ne Kiste gefunden. Das zieht mir so viel FPS. Ich kann da... Ich kann da nichts machen. An der Kiste ist hier nix drin. Geil. Ja, dann waren wir da auch schon. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich waren wir dann schon hier. Ich hätte mir irgendwas noch nie vergessen. Wir haben auf jeden Fall ne Diapicke. Auf jeden Fall wieder runter. Ein Diarschwert. Boah, lass die rausgehen. Das ist so über zu einem Längen. Ja, wir müssen ja sowieso hier noch hin. Wohin? Ja, hier steht ja, wir müssen das Obsidian finden. Pfff. Deswegen, wir müssen auf jeden Fall hier noch hin. Bitte. Get to the Obsidian. Das ist ja nicht umsonst so komisch wie so ein Jump'n'Run oder sowas. Ja, ich denke von mir, das ist irgendwo... ...unten oder so. Kann sein, dass hier unten Obsidian ist, dass wir das jetzt noch nicht gefunden haben. Huch. Oder gibt's hier irgendwie durch dieses Jump'n'Run, dass man hier irgendwo hinkommt? Ja, wie kommt man jetzt hoch? Beim ersten Mal schaffe ich immer alles und dann... Wo soll man denn hier hin? Wo soll denn hier noch Obsidian sein? Hier ist ja nicht mal ein weiter Jump'n'Run oder so. Sicher, mach mal so mit dem... Guck mal so, ob hier irgendwelche unsere sparen Löcke sind. Nee, ich denke, dass wir hier unten irgendwo... Ich werd' das nach 100% hier mit was zu tun. Das ist so... Merkwürdig hier. Hier steht's, da hier, hint. Helfe, hint. Hier, Helfe, hint. Steht hier. Aber... Das haben wir auch... ...die Steine abbauen sozusagen. Oder an die Decke. An der Decke ist Obsidian. Und da ist auch Holz, der guckt doch an die Decke. Ich glaub, wir müssen's hochbauen. Ich hab' nicht genug Sachen dafür. Ich geh' mal gucken. Hast du genug? Ja, ich hab's übern Stack. Ich hoffe, das reicht. Keine Ahnung. Hm. Hey. Ich wär' das so einfacher gewesen... Ich wär' überhaupt nicht selten mal gerne eine Fackel haben wollen, ne? Ja, ich hab' auch keine dabei. Und ich glaub' die Folge ist schon grade so lange. Was ich hier auf jeden Fall höre, sind, äh... Biere. Ich werd' mal kurz in Game-Mode gehen, um mir eine Fackel zu machen. Übertreib' es nicht. Ich möchte kurz... Ja, ich brauch kurz. Ich musste mal kurz hier was sehen. Es ist hier total schwarz. Du stehst halt noch mehr in der Folge. Ich hab' die Fackel noch hier auf... Okay, ist Obsidian, ja. Ich weiß das. Ihr sollt' nur wissen, ob hier wirklich Obsidian ist, damit ich auch was sehe. Ja, das hätt' ich auch vorher sagen können. Ich hoffe, du stehst nicht mal auf den Stein drauf. Vielleicht brauche ich grad mit deinen Steinen hoch. Doch, jeder kann ich dich da noch drauf. Ja, dann bau dich mal an die Seite. So, das ist jetzt... Mach der... Boah, wie's draußen regnet. Hier oder in echt? Draußen. Regnet immer draußen. Wie können wir... Warte, ich hatte doch die Dierspitzhacke. Wir haben doch hier Holz. Aber wir dürfen ja eigentlich hier nicht abbauen. Ja, später. Wir müssen das abbauen. Doch, wir dürfen... Unten dürfen wir keine Blöcke abbauen. Warte, warte. Bevor du das machst, ich mach hier eine kleine Plattform. Da sind, wie du hörst, Monster dran. Ich will nicht direkt, dass die auf uns kommen. Ich mach sogar hier so. So. Ja, mach noch enger. Mach mal bitte das, dass wir noch ein bisschen Bewegung drin haben. Oh, halt auch. Warte, warte. Nee, 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 nee. Lass das, lass das. Mach das weg. Okay, bitte weiter runter. Ich mach hier den auf. Dann fallen die direkt runter. Ja. Dann können das gar nicht zu uns kommen. Du, weil... Hier ist der Stocks mit dem Schlagen. Lass noch Holz vor. Wir müssen wahrscheinlich erst den Weg hier hinten. Warum hast du mich geschlagen? Das sind Bücher. Ich hab Bücher bekommen. Ja, ich hab mit dem Block gebaut. Ja, toll. Du hast es runtergegangen. Oh, das war das Holz vor der Dings, mein Gott, ey. Das war ein Bücherregal. Ja, ich weiß. Wir müssen bestimmt oben, ob sie ihn dann sozusagen abbauen und den richtigen Weg da finden. Wo wir reinkommen. Geil, hier ist noch ein Enderman drin, ey. So, da fehlt meine XSL-Folge. Ja, geil. Ich bin tot. Ja, weil du so dumm bist und immer in meinen Weg reinläufst. Ich bin gar nicht mehr da gewesen. Nein. Da war ich doch gar nicht. Ach du Scheiße. Ja, da unten sind Monster drin in dem Ding. Ja, geil. Das wusste ich auch vorher. Ich hab nicht genug Dücke. Ich muss jetzt hier diese Bücherregale abbauen. Wieso? Ist das hier Sand? Ne, das ist Ton. Guck auf. Und mit dem kann ich ja auch wieder Blöcke. Kann schon mal da hinlaufen. Also schlau, dass du mich runter stehst. Muss nicht in mir drin stehen. Weiß nicht. So, ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir da unten mal rein. Oh. Töten die Monster. Ne, ich bin aber hier schon oben drauf, deswegen unten runter. Und macht's gut bis dann. Tschüss. Ciao.